Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Ja, wir sind ja alle auf der Jagd nach dem Haupteaster Egg im Moment und so wie es aussieht, wurde der erste Schritt schon vor ein paar Tagen gefunden und ich möchte euch das jetzt einfach erzählen und es werden noch zwei weitere Videos folgen, in dem ich euch dann die anderen Schritte erkläre. Also um das ganze Easter Egg zu starten, das ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr müsst nur im Spawn Richtung Origins gucken. Also wenn ihr einmal dort die Barrikade öffnet, dann seht ihr dort zwei Grabsteine oder links daneben, da kann man so ein bisschen runter gehen, da ist auch ein Fenster, da gibt es auch zwei Grabsteine. Wenn ihr da ganz genau hinguckt, dann seht ihr, dass auf diesen Grabsteinen die Namen von unseren vier Helden sind, also von Richthofen, Takio, Nikolai und Dempsey. Ja, und um das alles jetzt zu starten, müsst ihr nur die Grabsteine in der Reihenfolge abschießen, in der die vier gestorben sind. Ja, wir hatten ja ganz viele Easter Egg Karten, schon indem wir ja die alten Protagonisten killen mussten und in der Reihenfolge, wie die gestorben sind, schießt ihr jetzt einfach diese Grabsteine an. Als erstes Richthofen, seinen Grabstein, dann Dempsey, Takios und Nikolai. Wenn ihr von links nach rechts einfach die vier Grabsteine durchzählt, also eins, zwei, drei, vier, müsst ihr als erstes zwei, dann drei, dann eins und dann vier anschießen. Also es ist richtig einfach und wenn ihr das richtig gemacht habt, dann seht ihr so eine Feuerflamme und da seid ihr auch schon fertig und diesen Step müsst ihr halt als ersten Schritt machen, damit ihr das Easter Egg starten könnt. Ja, zum Easter Egg wird ja momentan richtig viel gespielt und gestreamt. Auf Reddit geht es auch rund, weil die Leute einfach noch nicht genau wissen, wie es weitergeht. Aber es gibt noch zwei andere Schritte nach diesem ersten Schritt, die werde ich euch in einem separaten Video zeigen. Vielen lieben Dank fürs Gucken von diesem Tutorial und wir sehen uns dann im nächsten Video.